Hallo, ich bin Milena Karras und das ist Hingehört. Hallo Milena, was machst du hier? Ich bin in Köln im Tonstudio und habe gerade die Aufnahmen zu Weiße Wolken, dem ganz wundervollen Debütroman von Jan de Seck, beendet. Wonach entscheidest du, welche Bücher du als Hörbuch einliest und was war bei Weiße Wolken der ausschlaggebende Punkt? Also im Allgemeinen gucke ich immer, ob mich das Thema irgendwie anspricht, ob ich da Anknüpfungspunkte habe und dann lasse ich mir auch immer den Text schicken und lese rein, lese auch mal laut schon mal, um so ein Gefühl für den Text zu bekommen, für die Sprache zu bekommen und zu schauen, ob ich da einen schönen Sprachfluss reinkriegen könnte. Da überprüfe ich das, daraufhin überprüfe ich den Text eigentlich immer. Genau. Und bei Weiße Wolken, da war es so, dass ich eure Anfrage per Mail bekommen habe und da auch direkt drin stand, dass die Autorin sich sehr freuen würde, wenn ich ihren Text als Hörbuch einlesen würde. Und das war, da habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Das ist eigentlich immer ein ganz schönes Kompliment für uns SprecherInnen, wenn ein Autor, eine Autorin sich vorstellen kann, dass du ihren Roman so zum Leben erwecken kannst. Also die überlassen ihr ja sozusagen ihr Baby in dem Fall. Und genau, dann habe ich mir auch wieder den Text schicken lassen, hat reingelesen und ja, ich war direkt Fan, also das habe ich sofort zugesagt. Was war die besondere Herausforderung beim Einlesen der Geschichte um die zwei Schwestern Sasi und Jeho? Also es sind eigentlich drei ProtagonistInnen. Sasi, die jüngere Schwester, Jeho, die ältere Schwester und dann noch Jehos Mann, Simon. Und das heißt, ich musste drei verschiedene Perspektiven lesen. Manchmal wird das ja auch aufgeteilt auf mehrere SprecherInnen. Und in meinem Fall habe ich ja über alle gelesen. Das heißt, ich musste zu jeder einzelnen Person ein ganz starkes inneres Bild entwickeln. Und dann musste ich aber auch noch, weil die sich in ganz unterschiedlichen sozialen Umfeldern bewegen, ja, so deren verschiedene Freundeskreise, Arbeitsplätze und so weiter mit abbilden und wo überall auch komplett anders gesprochen wird. Und dann gibt es auch noch einen größeren Teil, der im Senegal spielt. Also ganz verschiedene Umfelder, Welten im Grunde, die ich da irgendwie, ja, die ich da mit transportieren muss. Und das war eine sehr große Herausforderung. Ich habe auch sehr viel daran gearbeitet zu Hause und immer wieder probiert. Und ja, ich hoffe, das Ganze ist gelungen. Was gefällt dir an der Arbeit im Hörbuchstudio? Also das Besondere an den Hörbuchaufnahmen ist, dass es immer ganz lange Arbeitstage sind, an denen ich wirklich ganz konzentriert an einem Text arbeite. Und sonst ist mein Arbeitsalltag eher so von kurzen, verschiedenen Studioterminen geprägt, wo ich dann, keine Ahnung, 30-sekündigen Werbespot spreche und dann eine Doku und dann im Synchronstudio bin und wo ich oft auch die Texte gar nicht vorher habe, also mich auch gar nicht auf die Texte speziell vorbereiten kann. Und hier ist es ja so, dass ich den Text im besten Fall lange vor der Aufnahme bekomme und mich wirklich intensiv vorbereiten kann und wirklich dann im Studio nochmal ganz konkret auch überprüfen kann, hat das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe oder klingt es dann irgendwie doch anders oder müsste es anders klingen? Also es ist immer sehr aufregend auch. Aber es ist einfach auch sehr, sehr schön, weil es so lange Tage sind in schönen Tonstudios. Ich bin ja meistens in denselben Studios und kenne da auch einfach die meisten Leute schon und freue mich dann immer auf lange Tage mit netten Menschen. Und wie bereitest du dich auf so eine Hörbuchaufnahme vor? Ja, also eigentlich lese ich den Text erstmal leise, so ganz normal auf dem Sofa, wobei ich den in meinem Kopf auch schon eigentlich wie ein Hörbuch höre. Deswegen dauert das auch schon sehr lange. Also ich lese wirklich unheimlich langsam, was ein großer Nachteil ist, wenn man Sprecherin ist. Und dann bei so einem anspruchsvollen Text, den lese ich dann auch komplett laut, mindestens einmal, also beziehungsweise einmal komplett laut, nehme den dabei auch immer mit meinem Handy, nehme ich mich die ganze Zeit auf. Ich höre mir das nicht alles an, aber ich höre eigentlich in alle Figuren rein oder in Stellen, wo ich das Gefühl hatte, das hat irgendwie noch nicht richtig funktioniert. Das höre ich mir dann wiederum an. Und dann alle Stellen, die irgendwie schwierig waren, wo ich das Gefühl hatte, ich war noch nicht richtig dran, da gehe ich dann nochmal intensiver dran. Und gleichzeitig hatte ich jetzt gerade bei Weiße Wolken immer zehn Tabs gleichzeitig offen auf dem Computer und habe senegalesische Namen oder allgemein Begriffe recherchiert, von denen ich keine Ahnung hatte, die ich erstmal nachlesen wollte. und habe zig Filme bei YouTube angeguckt zu den absurdesten Dingen auch, weil einfach so viel drin vorkommt in diesem Buch und ich irgendwie wissen möchte, wovon ich da erzähle. Und ja, das ist immer eine sehr, sehr lange Arbeit, aber wenn man dann ins Studio kommt und das dann macht und ich höre mich dann ja auch bei der Aufnahme über die Kopfhörer und merke auch natürlich, wie es bei der Regie ankommt, bei der Tontechnik ankommt, dann ist es einfach total toll, wenn man das Gefühl hat, okay, die Arbeit hat sich ausgezahlt und es funktioniert. Ja, also ich würde sagen, lest bitte alle dieses Buch oder hört es euch noch lieber, hört es euch an, weil es ist wirklich ein ganz, ganz schöner Roman und ja, ein großes Herzensprojekt. Beißewolken von Jan Deseck. Danke, Milena. Sehr gerne.